Mein Name ist Ali und heute erzähle ich euch eine Geschichte von mir, meinen Brüder Masloum und Mahsoum. Die beiden sind Brüder, ich bin ein guter Freund von denen. Es war ein Samstag, stinknormaler Samstag. Wir haben uns verabredet, wir wollen feiern gehen. Wir wollen feiern gehen, wir stehen vor der Disco, aber wir gehen einfach nicht rein. Wir stehen die ganze Zeit vor der Disco, unterhalten uns, unterhalten uns, auf einmal kommen so zwei Mädchen raus. Die eine stockbesoffen, die eine leicht angetrunken. Die kommen, hallo, wie geht's, wir reden miteinander. Masloum sagt zu mir, Brüder, ich schwöre, ich glaube, da geht was. Ich sage, Bruder, natürlich geht da was, guck mal, wie besoffen die ist und die spricht uns an, die will unbedingt, da geht safe was. Wir unterhalten uns, wir plaudern ein bisschen. Die eine, die so angetrunken ist, die leicht angetrunken ist, geht einfach weg, geht nach Hause oder so, ich weiß es nicht, und die andere bleibt. Sie sagt, was wollen wir heute machen? Ich gehöre nur euch. Bei uns, wir sind, muss ich noch dazu sagen, 17 Jahre alt. 17, 18 Jahre alt sind wir zu dem Zeitpunkt. Wir sagen zu ihr, ja, alles was du willst. Egal was, wir sind dabei. Wir gehen erstmal ein bisschen in die Disco wieder, wir trinken noch ein bisschen zusammen, danach, wir gehen raus. Wir laufen ein bisschen durch die Stadt. Wir laufen zum Auto. Sie sagt zu Masloum, du, ich muss kurz mit ihr reden, alleine, im Auto. Ich und Mahsum gucken uns an, wir sagen, Brüder, das ist überhaupt nicht korrekt, was du jetzt machst, aber gönn dir. Die gehen ins Auto, ihr könnt euch denken, was passiert ist. Masloum sagt dann, Brüder, frag sie mal, ob das mit mir auch geht. Masloum sagt zu ihr, mein Kollege würde auch immer gerne sich mit ihr unterhalten. Sie sagt, ja, dann soll er kommen. Setzt sich ins Auto. Auf einmal fängt sie an zu schreien, du Arschloch, was weiß ich, hin und her. Masloum, dieser Vollidiot, packt in ihre Tasche, unauffällig, ein auf den, und will ihr Handy klauen. Die Story ist auch schon lange her, die ist schon 15, 16 Jahre her. Will ihr Handy klauen. Sie dreht voll durch und sagt, ich rufe jetzt sofort die Polizei, ich sage, ihr habt mich vergewaltigt. Mädchen, entspann dich mal und so, du hast dein Handy, es hat niemand dein Handy genommen, es ist immer noch in deiner Tasche, was laberst du damit? Ich habe verpiss dich mal hier. Sie geht weg, wir haben auch die ganze Zeit getrunken, wir steigen ins Auto, wir fahren, wir fahren, wir fahren. Ich bieg links ab, ein Auto fährt mir hinterher. Ich bieg rechts ab, fährt mir immer noch hinterher. Ich fahre so eine Hauptstraße, ich so bitte, wenn ich jetzt hier links abbiege und der Wagen fährt uns hinterher, ist das hundertprozentig die Polizei. Ich fahre links und kennt ihr diese Straßen so, wo das Auto so ein bisschen wackelt die ganze Zeit, wo die Straße nicht eben ist. Und das Auto wackelt, also wir fahren und das Auto geht die ganze Zeit hoch runter, hoch runter und das Licht vom hinteren Auto blendet mich. Beim ersten Gedanken würde man denken, das ist Fernlicht, aber durch diese Bewegung habe ich gedacht, es kommt daher. Aber es war Fernlicht. Ich fahre langsamer, ich fahre langsamer. Auf einmal kommt ein Polizeiauto aus der Ecke. Aus der Ecke, eins von vorne und eins hinten. Ein Polizist steigt aus, kommt zum Fenster. Ich mache Fenster runter, er sagt, sofort Schlüssel her. Schlüssel rausnehmen, sofort Schlüssel her. Ich gebe ihm Schlüssel, das kann man auch freundlicher sagen. Ich muss euch dazu sagen, wir haben locker eine Flasche getrunken, ich und die zwei Jungs. Er sagt, haben Sie Alkohol getrunken? Ich sage, ja, ein Bier habe ich getrunken vorhin. Er sagt, verarsch mich nicht. Wir haben euch die ganze Zeit beobachtet vor der Disco. Ihr habt getrunken, getrunken und dann seid ihr losgefahren. Wie viel hast du getrunken? Ich bleibe bei meiner Aussage, ich habe nur ein Bier getrunken. Er sagt, irgendwas dagegen, wenn wir einen Alkoholtest machen? Ich sage, gar kein Thema, können wir machen. Ich steige aus. Er sagt, Sie pusten jetzt hier rein und hören erst auf zu pusten, wenn ich Stopp sage. Ich nehme dieses Teil, ich tue es in meinen Mund und puste so zwei, dreimal hintereinander. Er sagt, verdammte Scheiße nochmal. Einatmen, reinpusten und erst aufhören zu pusten, wenn ich sage, aufhören. Ich sage zu ihm, entspannen Sie sich mal, sind Sie irgendwie schlecht drauf oder so? Und ich weiß ganz genau, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, ich habe locker 1,23 Promille. Ich habe nicht wenig getrunken. Und in dem Moment muss ich an eine Sache denken von einem Cousin von mir. Ich schwöre es euch. Vielleicht denkt ihr jetzt auch, ich lüge, aber ich schwöre euch auf alles, was mir heilig ist. Er hat zu mir gesagt, atme richtig tief ein und puste dann rein. Aber es war so ein, es war so September, Oktober ungefähr und es kam gerade so ein Windzug. Und diesen Windzug atme ich richtig tief in meine Nase rein. So, ihr versteht, was ich euch vielleicht sagen will. So diese frische Luft, diese saubere, frische Luft atme ich durch meine Nase ein und atme diese frische, saubere Luft wieder raus in dieses Teil. Ich puste, es macht Pieper, er sagt Stopp. Er guckt drauf, er guckt mich an, ich gucke ihn an, mein Herz klopft, ich pisse mir fast in die Hose. Er sagt, ja, Ergebnis ist da. Tatsächlich, 0,0. Tja, habe ich noch gesagt, warum soll ich es nicht anbelügen? Die Jungs haben getrunken, ja, aber ich habe nicht getrunken. Er sagt, okay, deine Schlüssel, ich wünsche euch noch eine angenehme Fahrt. Ich steige ein, Mahsum sitzt rechts neben mir. Er sagt, bitte, scheiße, wir sind gefickt, ne? Ich habe gesagt, nein, bitte, ich habe alles geklärt. Alles gut, 0,0 Promille. Wir fahren nach Hause. Wir fahren nach Hause, ein paar Tage vergehen. Auf einmal kriege ich einen Brief von der Polizei. Ich mache diesen Brief auf. Vorladung, bla, bla, bla. Ihnen wird unterstellt, sexuelle Belästigung, versuchte Vergewaltigung, solche Sachen. Ich gehe da hin, ich habe meinen Augen erst mal nicht getraut. Das kann doch nicht wahr sein, was da drin steht. Ich gehe da hin zum Termin. Eine Polizistin ist da, Frau Meier. Und sie ist richtig abgefuckt. Was ist passiert, Herr so und so? Ich habe gesagt, das, das, das und das ist passiert. Sie sagt, ich glaube dir kein Wort. Ich glaube dir kein Wort. Du weißt schon, dass du dafür mindestens fünf Jahre kriegst. Rede hier, ich verspreche dir, ich werde mich für dich einsetzen, dass du drei Jahre kriegst. Guter Führung vielleicht vorher raus. Ich so, ey. Ich habe nichts gemacht. Was redest du für eine Scheiße? Ich, okay, so habe ich nicht mit ihr geredet. Ich habe gesagt, ich habe so etwas nicht getan. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich werde doch hier nicht etwas zugeben, was ich nicht getan habe. Auf jeden Fall, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben diskutiert hin und her. Sie hat die Zeugenaussage aufgenommen. Sie hat auch dieses Diktiergerät die ganze Zeit in der Hand. Ich habe dann unterschrieben und bin dann gegangen. Zu dem Zeitpunkt mache ich auch eine Ausbildung als Maler. Und ich bin bei mir im Betrieb. Ich bin gerade in der Halle. Und ein Mitarbeiter kommt, er sagt, draußen ist jemand für dich. Ich gucke so durch die Scheibe, ich sehe da niemanden. Ich gehe nach draußen, kommt so eine Frau, steht richtig stramm. Diese Frau Meier war das wieder. Steht richtig stramm. Neben ihr auch so ein Polizist und Zivilbeide. Dann kommt sie zu mir und sagt zu mir, ein Verfahren läuft gerade gegen sie. Das wissen sie. Wegen Vergewaltigung. Nicht versuchte Vergewaltigung, Vergewaltigung. Und sie wissen, dass nach Mord das Schlimmste hier in Deutschland Vergewaltigung ist. Wissen sie, oder? Sie müssen jetzt mit zur Wache. Sie sagen doch jetzt nicht hier meinem Chef, was los ist, oder? Und ich kann hier auch nicht weg. Sie müssen. Ansonsten nehmen wir sie gleich mit. Wir nehmen sie einfach mit. Sie haben jetzt die Möglichkeit, einfach reinzugehen und ihrem Chef zu sagen, dass sie los müssen. Wir dürfen ihnen nichts sagen aus Datenschutz. Wir haben Schweigepflicht. Gehen sie zu ihrem Chef und sagen sie ihm, sie müssen jetzt los. Ich gehe zu meinem Chef. Ich sage, ich muss jetzt sofort nach Hause. Mein Vater hat einen kleinen Arbeitsunfall gehabt. Ich muss sofort nach Hause. Tut mir leid. Ich versuche in einer Stunde wieder da zu sein. In der Zwischenzeit ist die Polizei bei mir zu Hause. Haben mein komplettes Zimmer auseinandergenommen. Haben keine Boxershots ausgelassen. Und meine Boxershots alle mitgenommen. Wegen DNA-Spuren oder so. Ich bin auf der Polizeiwache. Und sie hält dieses Mikrofon richtig so zu mir und sagt, sagen sie endlich, dass sie das getan haben. Dann brauchen wir hier nicht mehr weiter diskutieren. Drei Jahre verspreche ich. Ich werde mit der Staatsanwaltschaft reden. Und dann sind sie durch mit dem Thema. Ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Sie haben das getan. Sagen sie es jetzt einfach. Geben sie es zu. Ich sage zu ihr, hör bitte auf damit. Hören sie auf damit. Ich habe es nicht getan. Sie hat mich so weit gebracht, dass ich kurz davor war zu sagen, weißt du was. Okay, ich habe es gemacht, aber lass mich einfach nur in Ruhe. Sie hat meine Psyche auseinandergenommen. Wie gesagt, zu Hause weiß auch keiner Bescheid. Ich schäme mich des Todes. Ich denke mir so, wenn das rauskommt, dass ich eine Anzeige habe wegen Vergewaltigung. Wer gibt, welcher Vater wird seine Tochter mir geben? Wer? Was haben die gemacht? Nachrichtpolizei. Die haben die komplette Rückbank abgeschraubt von meinem Auto und mitgenommen. Auto, auch lahmgelegt, darf ich nicht mehr benutzen. Zu Hause fragen die auch die ganze Zeit, wo ist dein Auto eigentlich? Ich habe gesagt, mein Auto ist in der Werkstatt, Reifen ist geplatzt, ich habe neue Reifen bestellt. Und ich warte gerade auf die neuen Reifen, bis die da sind, dann mache ich die rauf. Und dann ist das Auto auch wieder da. Ich bin bei mir auf der Arbeit. Ich rufe meinen Kollegen von der Werkstatt an und ich so, Bruder, was ist mit den Reifen? Die ist das, eine auf den, weil mein Vater steht neben mir. Er sagt, Bruder, zwei Tage sind die da, zwei Tage vergehen. Ich habe mein Auto immer noch nicht von der Polizei zurück. Auf jeden Fall eine ganze Woche, jeden Tag. Meine Eltern fragen mich, was ist mit deinem Auto und so? Was ist das für Reifen? Du sitzt doch direkt an der Quelle, du bist Maler, du hast Freunde, die sind Kfz-Mechatroniker, bla bla bla. Was sind das für Filme? Ich gehe nach oben in mein Zimmer. Mein Bruder kommt zu mir und sagt, hör mal zu. Mein Bruder war der Einzige, der wusste, was abgeht. Ich sage zu meinem Bruder, nee, er kommt zu mir und sagt, hör mal zu. Du, ich erlaube das nicht mehr, dass du meinem Vater und meiner Mutter so dreist in die Augen guckst und sie anlügst. Du wirst jetzt runtergehen wie ein Mann und wirst meinem Vater sagen, was los ist. Ich so, bist du bescheuert, Junge? Ich kann doch meinem Vater nicht sagen, dass ich eine Anzeige am Laufen habe wegen Vergewaltigung. Und das sieht auch noch alles gerade so schlecht aus. Ich werde höchstwahrscheinlich in den Knast kommen. Er sagt, entweder du gehst jetzt runter, du sagst es, oder ich gehe jetzt runter und ich werde es sagen, auf meine Art. Ich sage, ja, okay, ich habe Herzklopfen des Todes, ich muss zu meinem Vater, ich muss meinem Vater jetzt sagen, was los ist. Ich sitze da, mein Bruder guckt mich die ganze Zeit an und gibt mir so Zeichen, so jetzt sag es ihm endlich. Und ich gebe ihm auch Zeichen, so nach dem Motto, ich kann nicht. Und dann sagt er, alles klar. Baba, ich musste mit dir reden. Was ist denn los? Er sagt, dein Sohn hat Scheiße gebaut. Was hat er gemacht? Was ist passiert? Er sagt, er, Mahzum und Maslum haben alle drei eine Anzeige wegen Vergewaltigung. Er und diese beiden anderen Hunde. Mein Vater guckt mich an, er hat gar nichts gesagt, er hat mich erstmal angespuckt. Du dreckiger Hund, du ehrenloses Stück Scheiße. Ist das die Erziehung, die ich dir beigebracht habe, dass du fremde Mädchen falsch anfasst? Wie soll ich meinen Kopf jemals wieder senken in der Gesellschaft, wenn das rauskommt, dass mein Sohn wegen einer Vergewaltigung angezeigt ist und auch noch in den Knast kommt? Erzähl mir das mal. Aber ich kann dich jetzt halb tot schlagen. Es wird mich nicht befriedigen. Aber schämst du dich nicht? Und ich schwöre es euch, dieses schämst du dich nicht und dieses, wie er mich angespuckt hat und wie er mich angeguckt hat und diese Verzweiflung in seinen Augen hat mich zerfleischt. Das war schlimmer als jede Backweife, die ich gekriegt habe. Auf jeden Fall, ich kriege irgendwann Post. Das Ganze ist jetzt beim Landgericht gelandet. Und dann wird entschieden, wann der Gerichtstermin ist und solche Sachen. Sechs Monate hat es gedauert. Sechs Monate hat es gedauert, bis wir Post gekriegt haben. Diese sechs Monate, ich schwöre es euch, ich wusste nicht, wie ich schlafe. Ich wusste nicht, wie ich aufstehe. Ich wusste nicht, wie ich zur Arbeit gehe. Ich wusste nicht, wie ich esse. Ich wusste nicht, wie ich trinke. Ich bin auf der Arbeit. Ich arbeite zwar gerade mit meinen Händen, aber mit meinem Kopf bin ich die ganze Zeit hinten. Fuck, Alter, was kommt jetzt auf uns zu, Alter? Drei, vier Jahre Knast für was? Für nichts, für nichts. Wirklich für nichts. Scheiß mal auf dieses Handy, Mann. Aber für eine angebliche Vergewaltigung in den Knast zu kommen und ich habe nicht mal was gemacht. Das Ding ist, ich habe ja nicht mal was mit ihr gehabt. Die beiden BDs haben ja was mit ihr gehabt. Ich habe sie ja nicht mal angefasst. Ich wünschte, ich hätte sogar noch was mit ihr gehabt. Dann hätte man sagen können, okay, die hat sich gekränkt gefühlt, alle drei. Weißt du, aber... Ich war sogar derjenige, der gar nichts mit ihr hatte. Auf jeden Fall, ich rede mit einem Anwalt vor mir. Er sagt zu mir, ich sage dir ehrlich, schwierig, aber das Einzige, was dich rettet, dass du an dem Tag nicht unter Alkoholeinfluss warst, weil dieser Bericht von den Polizisten, die dich angehalten haben, den haben wir auch natürlich mit reingebracht. Du warst nüchtern und du warst nicht besoffen. Du warst bei klarem Verstand. Das ist das, was dich eventuell retten könnte. Und dann gingen Diskussionen hier, Diskussionen da. Ich liege abends im Bett. Ich sehe mich in der Zelle. Ich sehe mich auf diesem Bett. Ich sehe mich unter diesen ganzen Häftlingen. Digga, ich bin einer, der in einem Dorf groß geworden ist, der eine Ausbildung gerade macht, der noch nie in seinem Leben vorbestraft war, der nie Scheiße gebaut hat, der nie jemanden abgezogen hat. Und jetzt soll ich für Vergewaltigung in den Knast? Wie gucken die Leute im Knast mich an? Und ihr wisst, wie man mit Vergewaltigern umgeht. Solche Dinge gingen mir auch alle so durch den Kopf. Ich schwöre es euch, meine Mutter hat nicht mal richtig Essen für mich gemacht. Ich wollte mich umbringen. Ich schwöre es euch. Ich wollte auf diesen Brief nicht mehr warten. Ich habe gesagt, ich bringe mich um. Und dann kam der Tag. Dieser Brief, dieser Umschlag, der immer von so einem Gericht kommt, ist immer gelb. Ich komme nach Hause, ich mache Briefkasten auf, ich gucke rein. Ich habe jeden Tag reingeguckt, jeden Tag. Ich mache auf, ich sehe so drei, vier Briefe und dazwischen sehe ich etwas Gelbes. Ich gucke, Landgericht. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Was steht jetzt in diesem Brief drin? Ich schwöre es euch, ich habe diesen Brief genommen. Der Brief liegt vor mir. Und ich gucke ihn die ganze Zeit an und ich traue mich nicht, ihn aufzumachen. Ich traue mich nicht, ihn aufzumachen. Ich denke mir so, wenn da jetzt drin steht, irgendwie Termin, Haftantritt, Termin, Gerichtsverhandlung. Ich bete die ganze Zeit für mich, dass sich vielleicht diese ganzen Buchstaben in diesem Brief sich einfach so ändern und dass Gott irgendwas für mich macht. Dann bin ich rausgegangen, ich habe erstmal mir eine Zigarette angemacht. Habe erstmal diese Zigarette ganz entspannt geraucht und habe versucht, wirklich alles auszublenden. Ich habe wirklich versucht, an nichts zu denken, nur diese Zigarette zu genießen, weil ich nicht weiß, was mich gleich erwartet. Ich gehe rein, ich gehe nach oben in mein Zimmer, es ist auch keiner zu Hause. Ich mache den Brief auf, halte nochmal kurz meine Augen zu, ich versuche zu beten. Ich kann nicht mal mehr richtig beten. Ich habe meinen Kopf kaputt, kaputt. In diesen sechs Monaten bin ich kaputt gegangen. Ich mache den Brief auf, ich gucke und denke mir, fuck. Fuck. Einfach nur fuck. Das Verfahren wurde eingestellt. Mangelhafte Beweise. Ich habe so geschrien. Ich war so happy. Ich bin neu auf die Welt gekommen. Ich rufe sofort Mahsum an. Ich so, Mahsum, hast du Post bekommen, bitte? Er sagt, bitte, ich weiß nicht. Ich gehe mal zum Briefkasten. Mahsum wohnt alleine. Er geht runter. Er sagt, bitte, bei mir ist auch drin. Ich so, mach mal auf, mach auf schnell, ich bleibe dran. Er macht auf, er sagt, Bruder, Freispruch, oh mein Gott. Wir sagen, was ist mit Mahsum? Wir rufen Mahsum an. Er sagt, ich bin auf der Arbeit. Sobald ich zu Hause bin, checke ich das ab. Zwei Stunden später, Mahsum ruft uns auch an. Er sagt, bitte, wir müssen uns jetzt treffen. Wir müssen jetzt was essen gehen. Wir müssen was trinken gehen. Wir müssen feiern gehen. Wir müssen heute richtig auf die Kacke hauen. Einfach Freispruch. Ich kann euch dieses Gefühl nicht beschreiben, wie es mir an diesem Tag ging. Seitdem, ich wollte am liebsten schwul werden. Ich wollte nie wieder was mit einer Frau zu tun haben. Damit mir sowas nie wieder unterstellt wird. Gott sei Dank, Gott sei Dank wurde das Verfahren eingestellt. Gott sei Dank, mangelhafte Beweise, dies, das, tralala. War mir alles scheißegal. Hauptsache, das Verfahren wurde eingestellt. Und ich bin nicht in den Knast gekommen für eine Sache, die ich nicht getan habe. Und mit dieser Geschichte möchte ich auf jeden Fall jeden damit ansprechen. Nicht nur Frauen. Wenn man jemandem etwas unterstellt, kann das Ganze ganz, ganz böse enden. Man spielt mit dem Leben anderer Menschen. Man kann in den Knast kommen. Andere Menschen sind danach suizidgefährdet. Wenn ich in den Knast gekommen wäre, ich glaube, ich hätte mich im Knast umgebracht. Ich hätte mich nie wieder rausgetraut. Nie wieder. Wen hätte ich in die Augen schauen können? Wen? Für Vergewaltigung in den Knast. Und ich habe sowas nicht mehr gemacht. Und bei uns in der Kultur Gesicht verloren für immer und ewig. Für immer und ewig. Und wie gesagt, die Message hinter dieser Geschichte ist, Keine Gerüchte auf die Welt setzen. Niemandem etwas unterstellen, was nicht stimmt. Man spielt mit dem Leben anderer Menschen. Ich küsse eure Herzen, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke. Folgt mir und mein Bremilio auf Instagram. Und zu guter Letzt werden natürlich noch ein paar Cousins und Cousinen gegrüßt. Ganz liebe Grüße an meinen Cousin Drilon Zeneli. So, und Spezialgruß, ganz, ganz liebe und süße Grüße von Daniel an seine tolle Freundin Charlie. Schöne Grüße an Mehdi und Keri, meine Cousins. Nico aus Salzburg. Asko aus München. Und ganz, ganz liebe Grüße auch an Timo, Alan und Husam aus Minden, meine Bres. Ich küsse eure Herzen. Bleibt stabil. Macht keinen Scheiß. Abonniert diesen Kanal. Und vielen Dank für euren Support. Ich küsse eure Herzen. Lasst alle ein Like und einen Kommentar da. Und das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gott sei Dank ist bei dieser Story niemand gestorben heute. Und bis nächste Woche Sonntag, 20.15 Uhr. Bis dann, Leute. Ciao.